ja willkommen mein name ist amir und ich begrüße euch zurück zuletzt bei tats und zähle ich habe ich keinen zentimeter bewerbt habt ihr das gemerkt ich nicht jedenfalls weiter wir sind immer noch der suche nach diesen geisterfossilien die wir für diesen meiner stein brauchen damit wir wieder heilen können aber abwehren und zack und jetzt so ich habe gewechselt habt ihr es gemerkt aber nicht fliegt das ist so geil okay stimmt habe ich auch noch nicht gemacht man ja hilf mir und servos schlag und geiler schlag und wir können uns ein neues gericht reinballern nämlich ja was haben wir denn da noch mehr galt 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 verflucht wichtig in diesem spiel und so warum nicht und warum kriege ich immer diesen kack impulskontrolle was wow you got really strong while you were away and i see you're as merciless as ever with that staff care for a little sparring bout oh that's right jude mentioned that he had a friend he used to train with it must have been you yep it started out as part of leia's physical therapy that's right my mom was the instructor and she trained us good i see but i can't respect a bully huh i hear you bg und kohannis kathleen bg 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 b ich wusste dass das irgendwann darauf zurückkommt so ich geh jetzt noch mal kurz zurück weil ich muss ich muss da links um in dem gott oh gott und sagt weil ich auf die linkseite irgendwie verpasst und ich möchte öfter diesen wunderstab einsetzen mir so viele techniken in der luft noch mal sagt hat sagt und die anderen beiden kann sie nicht einsetzen ich habe immer noch nicht bemerkt man die gegenstände gestohlen werden wie geil ich mache rückwärts schritt immer noch mehr galt galt hat vor was war das an rbmh warum jetzt möchte ich da oder was ich kann von oben ich idiot mal gucken da ist noch ein gegner also vielleicht war ich da noch nicht ja war ich noch nicht jetzt sieht so pussyhaft aus stein sei es er holt er wahrscheinlich volle pulle aus da kommt nur so ein mini schlag so komisch war ich wollte ich eigentlich bin ich wollte umgehen geil wieso will ich eigentlich immer meinen gegnern so reinspringen verdammt wenn diese ausweichschritte zu machen sind gar nicht so einfach höher war einfacher du hast keinen einzigen tp verbraucht wie macht er hat da war da war da war ich muss mich heilen man hat mich gezählt was soll das denn ich habe wirklich ausweichen da war schwierig schwierig aber sind alle pläne meuse in jedem spiel das hier existiert hat so nervig das hat mich als ausweichen das hat mich als ausweichen so kommen wir geil überhaupt nicht getroffen aber egal mehr gibt es hier nicht ne ne okay dann weiter im text einer schließt sich geister fossilien finden da lang oder dann ach ja muss ich weiß aufgaben was hier durch kommt mit ein schlag mit ein schlag dreimal aufladen verdammt dann kann ich so locker machen noch mal okay was bist du denn ich möchte gegen die kämpfen um es auf auf die wem man kann aber nur eine art angriffen und einsetzen wie nieder allein was das mit mir gemacht nein ich bin langsam dafür sind schon wieder nein aber kommt so her muss ich schon wieder auf sehr gruselige weise auf sich zu spenden und jetzt hat sie schon ach sie müssen wir verbunden sein das ist klar für tp aber ich sollte ihn haben wir steuern wir können uns wieder neues rezept rein ballern und zwar habt ihr ich sag immer rezept ich sag wirklich immer rezept wo es gerichte sind rezepte sind sachen wo rezepte sind ja keine ahnung sachen mit dem man weiß was zum kochen benötigt wird und gerichte sind fertige sachen die man mit rezepte gekocht hat so schwer ist das nicht dann okay hallo hallo schatztruhe schatztruhe und mehr gold staub 19 stück oder hier ist nichts nennt mich paranoid mehr nicht okay ähm dann gehe ich nochmal den weg zurück zack das war's und ich merke jetzt gerade ich höre die ganze zeit meine ohr meine taschen ohr meine armbanduhr taschen ohr was mir geht ach esse wenn die beiden kindheitsfreunde sind und shoot 15 ist wie alt sie sehen dann sieht irgendwie nicht aus wie 15 tut irgendwie auch nicht ehrlich gesagt aber naja sie hat das recht nicht aus wie 15 ich würde sie schon mehr so 17 oder 18 schätzen so ist hier was nur weil sie ist eine viel zu groß geraten 15 jährige ab da warte ist dass du auch wollen dass du mich überrascht neun springer noch ein nein aber warte du nicht mag hat vor allem wie langsam ja auch weg springen war das war doch auch auch mit diesen rückausweichungen nicht mehr erst mal heilen ihn gehen irgendwie nicht die tippe ausgabe sein war das war doch wie im leben ja jetzt wenn ich darauf zu super leute da draußen hat kirche hallo 22 uhr war das schon wieder kabel am ein laptop steckt wieder nicht super da geht der pc irgendwann aus mitten in der aufnahme ist ja noch besser ein peiniger das klingt zweideutig äh von hier bin ich gekommen ne achja zack und nochmal bin da ok dann nochmal den gleichen weg hier durch diesmal aber nach oben und dann haben wir alles perfekt alles in einem part mehr quatsch wir haben jetzt ein paar angefangen so nein nein wie kannst du das fragen oh nein so tut Spam Hadoken 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 genau wenn er wenn er das erste Hadoken nicht getroffen hat Hadoken Hadoken wenn das dritte Hadoken nicht getroffen hat immer noch Hadoken alles getroffen hat weiter Hadoken wenn er gegner zu dir hinspringt Hadoken die Kennstrategie wenn ich mich nicht irre so will er sagen wir sind nicht monster oh geil erst mal das geht vor Rucksack ein Rucksack mit großen Fassungsvermögen sieht aber etwas mädchenhaft aus ach Piratenoffizier geil ich tue eigentlich voll gemütliche tippen trotzdem hilft nicht so und ich konnte da ach hier bin ich ha ich bin da drüber wollte schon sagen wo kommt das Loch her so den Schatz den kriege ich auch noch ein Ertoman geil so und dann sind wir wieder in einen kleinen Raum und verabschieden uns ja das mache ich ab jetzt immer ja vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part tschüss